Anki Spitzer, im September 1972 sind Sie frisch vermehlt und Sie begleiten Ihren Ehemann nach München. André Spitzer ist Trainer der israelischen Fechter bei der Olympiade. Am 3. September aber finden wir Sie in Amsterdam. Ich kam am selben Tag nach München wie die israelische Olympiamannschaft und reiste dann nach Amsterdam, wo meine Eltern, unsere Tochter, die damals zwei Wochen alt war, hatten hüten wollen, sodass ich sofort wieder zu meinem Mann nach München fahren konnte. Während der Olympischen Spiele waren wir die ganze Zeit zusammen. Wir lebten nicht im Olympischen Dorf. Dort waren die Sportler ja nach Geschlecht getrennt. Wir hatten uns ein kleines Hotelzimmer in München gemietet. Wir waren ja ein junges, frisch verheiratetes Paar. Am 3. September fuhren wir nach Holland, weil unser Baby krank geworden war. Ich hatte André nichts davon erzählt. Ich wollte, dass er sich auf die Spiele und die Wettkämpfe konzentriert. Als sie aber vorbei gewesen sind, beschloss ich, es ihm doch zu erzählen. Und wir reisten sofort nach Amsterdam zu unserer Tochter ins Krankenhaus. Eigentlich war ihm das untersagt, denn die Sportler hatten einen kollektiven Reisepass. Und wir hatten Angst, dass man uns an der Grenze ohne Ausweis nicht passieren ließe. Aber alles ging gut und wir verbrachten zwei wundervolle Tage mit meinen Eltern und dem Baby. Er konnte sehen, dass es ihm wieder gut ging. Dann aber musste er zurück. Er hatte nur zwei Tage frei bekommen und ich beschloss, in Amsterdam zu bleiben. Dann aber verpasste er den Zug nach München und es gab nur zwei Verbindungen am Tag. Ein Zug vor morgens, einer abends. Wenn er den Abendzug genommen hätte, wäre er erst nach dem Attentat in München angekommen. Bei dem Überfall der Palästinenser wäre er nicht im olympischen Dorf gewesen. Er wäre nicht als Geisel genommen und nicht getötet worden. Ich aber hatte das Gefühl, dass er rechtzeitig zurück sein sollte und so schlug ich ihm vor, den Zug in der nächsten Stadt abzufangen. Wir rasten also los und rannten ohne Fahrkarte in den Bahnhof und der Zug stand noch da. Damals, vor 40 Jahren, konnte man die Waggontür noch per Hand vom Bahnsteig aus aufmachen und André sprang auf. Ich war so froh, dass er rechtzeitig nach München kommen und keinen Ärger kriegen würde. Und ich fuhr ins Krankenhaus zurück. Wenn er diesen Zug nicht bekommen hätte, wenn wir es nicht geschafft hätten, die Bahn zu überholen, wäre er nicht ermordet worden. Er wäre dann kein Teil dieser Tragödie geworden. Diese Gedanken habe ich 24 Stunden ausgehalten. Dann habe ich mir gesagt, dass es so etwas wie Schicksal gibt. Denn wenn jemand das Drama hätte verpassen sollen, dann war es André. Er war in Holland, er hatte den Zug verpasst. Und wir hatten die ganze Zeit nicht im olympischen Dorf gelebt. Es hat wohl sollen sein. Wie haben Sie davon erfahren, was in der Nacht des 5. September 1972 mit André Spitzer und den israelischen Sportlern geschah? Zunächst bin ich schlafen gegangen, denn es war meine erste Nacht ohne André. Zuvor aber hatte er mich aus München angerufen. Damals brauchte der Zug elf Stunden für die Fahrt. Um Mitternacht rief er mich also an. Ich werde im olympischen Dorf mein Bett suchen gehen, sagt er. Bis dahin hatten wir in dem kleinen Hotel geschlafen. Morgen rufe ich dich wieder an, weil ich möchte, dass du ein späteres Flugzeug nimmst, damit ich dir mit dem Baby helfen kann. Ich fragte, sind die anderen alle da? Das Team war noch im Theater, wo sie Anna Tevka sahen, der Fiedler auf dem Dach. Sie sollten wohl eine Stunde später kommen. Ich werde auf sie warten und dann schlafen gehen. André hatte von einem Münztelefon angerufen und er sagte, Anki, lass uns schneller sprechen, wir haben nur noch eine Mark. Wir sagten also all die Dinge, die ein junges Paar so sagt. Ich liebe dich, bis morgen und so weiter. Das war unser letztes Gespräch. Später habe ich verstanden, dass die israelische Sportdelegation wirklich eine Stunde später vom Theater zurückgekommen ist und sie sich noch bis zwei Uhr nachts unterhalten haben. Danach gingen sie ins Bett und zwei Stunden später kamen die Terroristen. Ich schlief derweil im Hause meiner Eltern. Um sieben Uhr weckten sie mich. Das war sehr ungewöhnlich, denn ich war in Ferien. Sie standen also da mit meinem Frühstück, alle beide. Auch das war ungewöhnlich. Und sie fragten, Anki, wie viele Leute gehören zur israelischen Delegation? 25 oder 30. Ich wusste es nicht genau. Und dann fragten sie, Wer ist der Boxtrainer? Es gibt keinen Trainer für die Boxer, sagte ich, weil keine Boxer im Team sind. Aber warum fragt ihr mich all das um sieben Uhr in der Früh? Und sie sagten, Wir haben im Radio gehört, dass es einen Angriff auf das israelische Team im olympischen Dorf gegeben hat. Und was ist mit dem Boxtrainer geschehen? Er ist getötet worden, sagten sie. Seine Leiche wurde vor das Haus gelegt. Da sprang ich aus dem Bett. Ich wusste, dass es keinen israelischen Boxtrainer gab. André war Fechttrainer. Vielleicht, dachte ich, hatten sie sich geirrt. Und ich habe ein paar Stunden gebraucht, um zu ermitteln, dass der Getötete, dessen Leiche abgelegt wurde, Moshe Weinberg war. Ich wusste auch nicht, ob sich André unter den Geiseln befand, denn einige Israelis hatten entkommen können. Schließlich kam etwa um halb zehn am Vormittag ein Anruf von der Botschaft in Den Haag. Man sagte mir, dass André unter den Geiseln sei und wir abwarten müssten. Ich habe also gewartet. Diese Olympiade war die erste, die live im Fernsehen übertragen worden ist. Und so habe ich alles am Bildschirm mit angesehen. Was haben Sie gesehen? Wir sahen das Gebäude und ich wusste ja, wo das Zimmer von André war. In der Konoli-Straße 31. Ja, dort standen die Teams. Außerdem wurde ich auch von der israelischen und der deutschen Botschaft auf dem Laufenden gehalten. Hanan Baon hat mich alle halbe Stunde angerufen. Was wollen diese Terroristen, fragte ich ihn. Sie wollen die Freiheit für 234 palästinensische Gefangene in Israel. Und worauf wartet ihr? Wir werden das nicht tun, sagte er dann. Aber warum? Mein Mann und zehn seiner Freunde sind in ihrer Gewalt und sie könnten ihr Leben retten. Nun, sagte er, Golda Meir, die israelische Premierministerin, hat gesagt, dass es niemals Verhandlungen mit Terroristen geben wird. Weil sonst das Leben aller Israelis und aller Juden auf der ganzen Welt gefährdet sei. Das ist unser Beschluss. Ich habe schlucken müssen. Prinzipiell mochten sie Recht haben. Sie bestimmten die Politik. Aber es war mein Mann, der da gefangen war. Wir warteten also ab. Und dann hieß es, ab 12 Uhr mittags würden die Terroristen alle halbe Stunde einen Israeli erschießen, wenn man die Gefangenen nicht freilassen würde. Dann wurde es 12. Und das war schrecklich. Denn ich sagte mir, jetzt werden sie ihn oder einen seiner Freunde ermorden. Und dann wurde das Ultimatum auf 3 Uhr verschoben. Dann auf 5 Uhr nachmittags. Und wenn das Ultimatum verstrich, ist das für mich jedes Mal sehr schwierig gewesen. Es war, als stürbe ich ein wenig. Jedes Mal. Um 17.30 Uhr sah ich André zum letzten Mal, als er am Fenster stand und dem Krisenstab als Sprecher der Geiseln berichtete, was geschehen war. Ich sah ihn nur, hörte ihn nicht. Die Fernsehbilder brachten nicht seinen Ton, aber ich sah, dass er im Unterhemd dastand und seine Brille nicht trug. Ich fand das sehr entwürdigend, weil ich wusste, dass er kurzsichtig war. Die Hände waren ihm auf dem Rücken zusammengebunden worden. Und später habe ich Hans-Dietrich Genscher, damals Deutschlands Innenminister, und Bruno Merck, den bayerischen Innenminister, gefragt, worüber sie sprachen. Sie hatten ihn gefragt, wie es den Geiseln in dem Gebäude ginge. Und André hatte gesagt, bis auf einen ginge es allen gut. Dann fragten sie ihn, was ist mit ihm und wer ist es? Doch als André antworten wollte, wurde er hinter den Vorhang gezerrt. Er bezog sich auf Josef Romano, der in dem Zimmer gefoltert, getötet und kastriert worden war. Kastriert? Kastriert. Ich habe die Bilder gesehen. Es steht auch in seinem pathologischen Bericht. Als André davon sprechen wollte, schoben ihn die Terroristen in das Zimmer zurück, schlossen das Fenster und zogen die Gardinen vor. Das war das letzte Mal, dass ich André lebendig sah. Einerseits war ich froh, weil ich sah, dass er noch am Leben war. Andererseits wurde mir der Ernst der Lage klar. Und dann begannen die Verhandlungen. Und man konnte all die Fehler sehen, die die deutsche Polizei gemacht hat. Man hat Polizisten als Athleten in Trainingsanzügen mit Gewehren auf das Dach geschickt. Und wenn ich die Bilder des Fernsehens empfangen konnte, konnten auch die Terroristen sie sehen. In den Unterkünften der Athleten standen auch Fernseher und die Terroristen forderten, schafft diese Leute vom Dach. Dann wurden Polizisten als Köche verkleidet, die den Geiseln das Essen bringen sollten. Und dachte, dass man so in das Innere des Gebäudes kommen könnte, um es auszukundschaften. Doch die Terroristen sagten, wir sind nicht dumm. Ein Plan war dilettantischer als der andere. Und ich habe mich gefragt, wo die israelische Eingreiftruppe bleibt. Im israelischen Fernsehen sah ich Bilder von Moshe Dayan am Flughafen Lod. Damals gab es diese Eliteeinheit. Im Mai 1972 war eine Boeing 707 der belgischen Fluggesellschaft Sabena nach Tel Aviv entführt worden. Und die Terroristen der Gruppierung Schwarzer September konnten überwältigt werden. Kein einziger der etwa 92 Geiseln kam dabei ums Leben. Diese Operation war sehr viel schwieriger gewesen. Das Flugzeug stand allein auf dem Rollfeld. Die Einsatzkräfte hatten sich als Techniker angezogen. Ehud Barak und Benjamin Netanyahu gehörten beide zu dem Rettungsteam. Man wollte also die Rettungstruppe Sayeret Matkal nach Deutschland entsenden, doch die Deutschen weigerten sich, sie zu empfangen. Man sah die Souveränität des Landes dadurch in Gefahr. Und sagte Moshe Dayan, er solle aus dem Bild gehen. Denn wenn die Terroristen den Helden des Sechs-Tage-Krieges sehen, würden sie nervös werden. Am Ende wurde Zwi Samir, der Chef des Mossad, nach Deutschland gesandt. Er hatte aber keine Befugnisse. Und man vergaß andauernd, ihn auf dem Laufenden zu halten oder ihn dahin mitzunehmen, wo das Geschehen war. Er blieb also stets zurück und wenn er keinen Druck ausgeübt hätte, wäre er überhaupt nicht präsent gewesen. Ich fragte mich, warum? Warum seid ihr so arrogant? Ihr habt nicht die Mittel, das Problem zu lösen, verfügt weder über die Truppen noch über die Kenntnisse oder über die Erfahrung dazu. Warum lasst ihr euch nicht helfen? Warum nicht von den Israelis, deren Volk es doch betrifft? Einige Monate später, als ich mit dem Chef der Polizei des Flughafens Fürstenfeldbruck gesprochen habe, wohin sich die ganze Aktion verlagerte, sagte mir Georg Wulff auf meine Frage, warum man keine fremde Hilfe zugelassen habe, ihr habt den Terrorismus nach Deutschland gebracht. Ich soll den Terrorismus nach Deutschland gebracht haben, entgegnete ich. Nicht sie persönlich, sagte er. Ihr Israelis habt den Terrorismus auf deutschen Boden gebracht. Nein, entgegnete ich ihm. Mein Mann und seine Freunde waren Sportler. Sie kamen als Athleten in die Bundesrepublik, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Nicht als Soldaten. Sie hatten keine Waffen. Sie sollen den Terrorismus in die Bundesrepublik gebracht haben? Ja, sagte er. Sie haben den Terrorismus in die Bundesrepublik gebracht. Anki Spitzer, ist der Sport in Israel durch diesen Einbruch der Gewalt verändert worden? Ich glaube nicht, weil ich denke, dass der Schock so groß war, Ich glaube nicht. Der Schock aber war ungeheuer groß. Die zu den Spielen reisten, die Mitglieder des Kaders galten als Handverlesen. Sie gehörten zum auserwählten Kreis. Jeder in Israel hat jemanden gekannt, der zum Kader gehörte. Das war etwas ganz Besonderes. Ich lag damals auf der Entbindungsstation im Krankenhaus, wo es eine strenge Besuchszeitenregelung gab. Und ich erinnere mich, dass sie nach der Geburt unserer Tochter meinen Mann in seinem Trainingsanzug mit der Aufschrift Israel auf dem Rücken durch das Fenster klettern ließen. Alle haben ein Auge zugedrückt. Denjenigen, die nach München reisten, floss eine besondere Bewunderung zu. Als wir nach den Ereignissen von München mit den Särgen wiederkamen, stand das ganze Land still. Sie sind alle tot, hatte Zvi Samir Golda Meir gemeldet, die vom positiven Ausgang der Geiselbefreiung ausgegangen war. Und so wie jeder heute weiß, wo er gewesen ist, als Präsident Kennedy erschossen worden ist, so wie jeder weiß, wo er gewesen ist, als er vom Einsturz der Zwillingstürme erfuhr, weiß auch in Israel nach 40 Jahren jeder, wo er am 5. September 1972 gewesen ist. Noch heute treffe ich Menschen, die mich daran erinnern, wo sie damals gewesen sind, als es geschah. Rückblickend erscheint mir der Überfall auf die Olympischen Spiele von München als der Startschuss des internationalen Terrorismus. Davor gab es Entführungen und anderes, doch die Bühne der Olympiade selbst zu betreten, einen Schauplatz, der von Millionen und Abermillionen beobachtet wird, all das zu tun und dabei gefilmt zu werden, das war der Anfang des im Fernsehen ausgestellten Terrorismus. Das ist ein Ergebnis, wir heute in Peking und London sehen. In München wurden zwei Millionen D-Mark für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben. In London waren es 2000 Millionen englische Pfund. Das lässt sich nicht vergleichen. Es ist unendlich traurig, was da geschieht. Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube immer noch an die olympische Idee, daran, dass es möglich ist, Menschen durch Sport zu vereinen, dass man durch Sport Grenzen überschreiten kann. Wenn ich aber sehe, wie korrupt und parteiisch sich das internationale olympische Komitee verhält, wenn ich Revue passieren lasse, wie viele Mörder und wie viele Diktatoren das IOC mit Auszeichnungen geehrt hat, und wie die olympische Bewegung die Opfer von München bis zum heutigen Tag verleugnet, fühle ich mich wie der letzte Trottel, der, wie wohl, diskriminiert, an diese Ideale glaubt. Und das ist traurig. Anki Spitzer, lassen Sie uns von Verantwortung und von den Dokumenten sprechen, die Ihnen nach dem Drama von Fürstenfeldbruck, bei dem die Geiseln und die Geiselnehmer starben, zugeleitet worden sind. Wer fühlte sich nach dem blutigen Ende der Geiselnahme zuständig und welche Informationen gab man den Hinterbliebenen in Israel? Da Deutschland 1972 der Gastgeber der Olympiade gewesen ist, empfanden wir das Land auch für das Wohlergehen und die Sicherheit der Athleten als verantwortlich. Nicht lange nach der schrecklichen Tragödie von München bat nicht nur ich, auch Ilana Romano, die Witwe des ermordeten Gewichthebers Josef Romano, um Informationen aus Deutschland. Wir fragten nach den pathologischen Berichten, den ballistischen Befunden und den Berichten der Ermittlungen und nicht nur einmal, sondern 20 Jahre lang wurde uns mitgeteilt, dass es keine Dokumente dazu gäbe. Auch 1978, als ich Hans-Dietrich Genscher traf, der in München noch Innenminister und später Außenminister war. Ich traf ihn in Tel Aviv um 6 Uhr am Morgen, weil er zunächst gesagt hatte, er habe keine Zeit, worauf ich ihm anbot, um 4 Uhr früh, um 5 oder um 6 zu kommen, bevor er zum Flughafen fuhr. Um 6 also empfing er mich und sagte, Anki, es gibt keine Dokumente. Ich sagte, schauen Sie, ich bin Holländerin. 25 Jahre lang bin ich ihre Nachbarin gewesen und ich weiß, dass in der Bundesrepublik alles dokumentiert wird. Ich weiß, dass es Untersuchungen gegeben hat und ich weiß, dass es Berichte gab und wir wollen diese Information. Er wiederholte, dass es nichts gäbe und dass wir alles haben könnten, was da sei. Jeder, den wir fragten, ob das Deutsche Olympische Komitee, das Internationale Olympische Komitee oder die bayerischen Behörden, alle sagten, da gäbe es nichts. 20 Jahre haben wir gebraucht, bis ich mich 1992 bei einem Interview im ZDF über die unglaubliche Verantwortungslosigkeit den Opfern gegenüber beklagte. Keiner hatte bis dahin die Verantwortung übernommen, sich vielleicht entschuldigt oder einen Fehler eingestanden. und ich suchte Dokumente über die Ereignisse, um zu verstehen, wer da wo versagt hatte. Doch alles, was ich zu hören bekam, war, es gäbe nichts. Eine Woche nach dem Interview setzte sich ein Zuschauer aus Deutschland mit uns in Verbindung und sagte, sie haben recht. Ich arbeite im Archiv des Bayerischen Landgerichts, in dem sich die Dokumente befinden. und dort lagern Tausende von Akten. Ich bedankte mich für den freundlichen Anruf, denn damals riefen viele verrückte oder auch wohlgesonnene, empörte Menschen bei mir an. Und er sagte, soll ich Ihnen Akten senden? Sicher, sagte ich. Ja, das tat er dann. Und so erhielten wir etwa 80 Seiten, die wir sofort zu einem privaten Ermittler brachten, der die Tinte überprüfte, und sie war wirklich 20 Jahre alt. Die Schreibmaschinenlettern wurden untersucht, und die Sendung wurde als Original verifiziert. Mit diesen wenigen Blättern in der Hand rief ich dann Klaus Kinkel an, der 1992 Außenminister geworden war, und ich flunkerte ein wenig. Wissen Sie, wir haben nun die meisten Akten und wir wollen den Rest. Warum gehen Sie mit Ihrem Material nicht zu Otto von der Gabelenz, das war damals der deutsche Botschafter in Israel, sodass er es Ihnen ergänzen kann? Sie sollten wissen, sagte ich, dass ich nicht von gestern bin. Natürlich werde ich es ihm nicht zeigen. Ich will das ganze Material, und zwar von Ihnen. Um die Geschichte abzukürzen. Wir benötigten noch zweieinhalb Monate voller Anfragen und Interviews, bis es eines Tages diese Live-Schaltung in einem Morgenmagazin gegeben hat, als ich mich in Tel Aviv der bayerischen Justizministerin Mathilde Berghofer-Weichner in München gegenüber sah, die, wie alle anderen Politiker, abstritt, dass es diese Dokumente gab. Das ist alles Unsinn, sagte sie, da gibt es nichts. Danach wurde ich zugeschaltet, und ich sagte, gut, Frau Minister, warum gehen Sie nicht selbst in Ihr Archiv und sehen nach? Im ballistischen Bericht, auf Seite 21, in Zeile 4, steht dies und das. Dann habe ich hier das Dossier der Pathologie, wo auf Seite 6 unter Ziffer 2 Folgendes steht. Darauf konnte sie nichts erwidern. Doch der Moderator lud sie für die folgende Woche wieder ein, um das Ergebnis zu verkünden. Und da musste sie öffentlich eingestehen, dass es diese Dokumente wirklich gab. Wir sandten unseren Anwalt daraufhin nach München. Und er hat mehr als 4.000 Akten entdeckt. Da war ein Raum, in dem sich an drei Wänden die Papiere vom Boden bis zur Decke stapelten. Dazu fanden sich 900 Aufnahmen aus der Pathologie. Und damit wurde klar, wir haben einen Fall. Wir können gegen die Regierung klagen, gegen das deutsche Innenministerium, die bayerische Regierung, die Sicherheitsbehörden der Stadt München. Als ich mit Ilana Romano sprach, sagte sie, in den Akten hätten sich auch Beweise dafür gefunden, dass israelische Sportler von den Kugeln der deutschen Polizei getötet worden seien. In den ballistischen Berichten fanden sich ein, zwei Fälle, die von tödlichen Verletzungen durch deutsche Kugeln sprachen. Wir haben aber daraus keine große Sache machen wollen, denn wenn eine Befreiungsaktion abläuft, gibt es auch immer ein, zwei Kugeln, die ihr Ziel verfehlen. Das war uns nicht so wichtig. Wichtig war für uns zunächst einmal zu verstehen, was da geschehen ist und wer für die Fehler verantwortlich war. Das begann schon bei den Einsatzkräften der Deutschen. Da musste man feststellen, die hatten keinerlei Erfahrung. Sie hatten keine Ahnung. Fünf Scharfschützen wurden gegen acht Terroristen aufgestellt. Warum sind nicht 50 aufgeboten worden? Zwei der Scharfschützen haben nie geschossen. Es wurden alle Fehler gemacht, die man sich vorstellen kann. In der Lufthansa-Maschine für die Terroristen in Fürstenfeldbruck wurden 17 Polizisten postiert, die die beiden Anführer der Geiselnehmer hätten überwältigen sollen. Kurz vor Ankunft der Hubschrauber mit den Geiselnehmern beschlossen diese Polizisten aber, dass ihnen der Einsatz zu gefährlich sei. Sie flüchteten. Später habe ich Georg Wulff, den Einsatzleiter der Polizei, gefragt. Warum haben Sie Ihren Plan weiterverfolgt, obwohl er doch schon vor der Landung der beiden Helikopter nichts mehr wert gewesen ist? Und wissen Sie, was er mir gesagt hat? Ich blickte in die Augen der jungen Freiwilligen und sah, dass sie leben wollten. Darum konnte ich sie an ihrer Flucht nicht hindern. Haben Sie die Augen meines Mannes und seiner Freunde gesehen, fragte ich ihn. Die mit gefesselten Händen mit den Waffen der Terroristen im Nacken in den Hubschraubern gesessen haben. Glauben Sie, die haben nicht leben wollen? Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Die fünf Scharfschützen verfügten weder über Sprechfunk noch über ein Infrarotlicht für ihre Gewehre, sodass sie nicht sehen konnten, worauf sie geschossen haben. Alles, was man sich auch nur vorstellen kann, wurde falsch gemacht. Und wir wollten, dass jemand aufstand und sagte, wir sind verantwortlich. Wir haben Fehler gemacht. Doch das hat niemand getan. So beschlossen wir, vor Gericht zu gehen und die Stadt München, den Bayerischen Staat und die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen. Diese Verhandlungen zogen sich acht Jahre hin und uns wurde gesagt, die Sache sei verjährt. Da sagte ich, das kann man nicht erklären, nachdem die Akten 20 Jahre vor uns versteckt worden sind. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Wir hatten unsere Klage vor Ablauf eingereicht und nun sollte die Sache verjährt sein. Wir zogen also vor das Landgericht, dann zum Oberlandesgericht und dann nach Karlsruhe, um die Verjährung aufzuheben. Acht Jahre später hatten wir das fast geschafft. Die Bundesregierung tagte nun in Berlin und Brigitte Zypries bat uns dorthin. Sie sagte, vor Gericht würden wir nie bekommen, was wir wollten. Sie würde jedoch mit uns verhandeln wollen, um einen Vergleich und eine Art von Kompensation zu finden. Und da ich und Ilana Romano nur die Repräsentanten der 34 Familienmitglieder der Ermordeten waren, reisten wir erst einmal nach Tel Aviv und hielten mit ihnen Rat. Die anderen sagten, jetzt haben wir acht Jahre vor Gericht verbracht. Manche der Eltern der ermordeten Athleten waren bereits in ihren 80ern und scheuten weitere Jahre vor Gericht. Nach einem Erfolg in Karlsruhe um die Verjährung hätten wir den Prozess in München neu aufrollen müssen und das hätte uns vielleicht weitere acht Jahre gekostet. Dazu weitere Millionen Anwaltskosten. Wer hatte all das bezahlt? Uns ist geholfen worden. Durch den israelischen Staat? Die Frage kann ich nicht beantworten. Das ist eine Bedingung für die Hilfe gewesen. Wir selbst hätten das Geld ja nicht gehabt. Wir beschlossen, einen Vergleich mit der deutschen Regierung anzustreben. Diese Verhandlungen nahmen weitere Monate in Anspruch und es hat nie eine Zeit gegeben, in der ich ärgerlicher gewesen bin, als in den Monaten, da diese Frau Zypris die Verhandlungen steuerte. Das war ganz fürchterlich. Am Ende aber haben sie bezahlt. Wie viel? Die Bundesrepublik zahlte eine Million, die Stadt München eine Million und die Regierung des Staates Bayern eine weitere Million Euro. Selbstverständlich ging die Hälfte an die Rechtsanwälte und dann wurde durch 34 geteilt. Das Geld war aber eigentlich nicht wichtig. Es hat mein Leben nicht verändert. Das Geld hat uns als Vehikel für die Verantwortung gedient. Die Deutschen hätten nicht 30 Jahre nach dem Attentat gezahlt, wenn sie nicht eingesehen hätten, dass sie verantwortlich gewesen sind. Und es hat weitere acht Jahre bis zu dem Besuch von Johannes Rau gebraucht, als er drei Jahrzehnte nach dem Attentat bei unserem Präsidenten Weizmann in Jerusalem aufgestanden ist und als deutscher Bundespräsident die Verantwortung für das Massaker übernommen hat. Warum aber haben wir 30 Jahre darauf warten müssen? Warum haben wir 20 Jahre um die Akten kämpfen müssen? 32 Jahre für eine Art von Kompensation. Das hat viel Herzblut gekostet. Das hat viel und das hat viel Das hat viel